Hallihallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Oh, ich sollte da nicht so reinlaufen. Ich muss mich erstmal orientieren. Wo sind wir denn hier? Wah! Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Das ist schon etwas länger her jetzt. Bestimmt anderthalb Wochen, wo ich hier zuletzt gespielt habe. Oh, der guckt da runter. Okay, ich glaube, ich hatte irgendwie vor, den hier... Ah, ich weiß. Den da oben in diese Kiste zu befördern. Aber ich weiß nicht, ob er hier runter schaut. Ne, der schaut hoch. Jetzt muss es schnell gehen. Oh! Ja, ich wusste es. Nein! Ach, Mann! Oh, ich muss erstmal gucken. Ich krieg das doch jetzt hier... ...nicht gebacken, ey. Nochmal. Hier ist besser. Sieht das? Nein, da sieht es trotzdem. Und tschüss. Dann nehme ich erstmal hier die Kiste. Da kommen die zwei Sekunden. Dann habe ich den aber weg. War nicht die eleganteste Lösung. Ich glaube, da drin hätte ich mich verstecken können. Jetzt sehe ich das. Schon wieder viel zu hektisch. So, und jetzt da rein. Wupp. Wupp. Ja, genau. Das geht. So, jetzt mal gucken. Ah, ich sehe schon. Da drüben kann ich wieder... Jetzt kommt er aber hier zu mir, oder? Äh, das war das Falsche. Ah, zurück. Ja, ich muss mit dem Wurfmesser erstmal die... ...Leiter da runter holen. Ich nenne das mal Leiter. Ich glaube aber, es ist eigentlich was anderes. Zack. Hoch. Boah. Ey, wieso geht die da nicht hoch? Dreht er sich jetzt um? Oh. Warum ist sie da nicht hochgegangen? Ja, komm. Wie die mal gucken, ey. Da ist doch keiner. Wer weiß, dass du wieder geraucht hast. Oh, ja. Komm, lauf. Oh, der da oben hat ja eine Pump-Action. Gut, tschüss. Das sieht aus, ne? Voll das Gewehr oder so. Aber jetzt, komm. Na also, geht doch. Nein. Oh, die sind alle alarmiert hier, ne? Ja, die sind alle alarmiert hier, ne? Aber ich hab jetzt... Nein. Hoch. Oh. Was machst du denn? Wieso klettert die da rum? Also, guck der mal wirklich hoch. Hat er doch die ganze Zeit nicht gemacht. Warte mal. So. Okay. Aber ich brauch ja auch eine Zeit. Eine gewisse Zeit, um das da oben... Oh, das geht so schnell, ne? Hat aber gereicht. Ne, das wird nicht mehr reichen. Nochmal zurück. Aber er... Oder hat er mich erkannt? Was heißt erkannt? Gesehen? Er guckt erst hier hoch. Also der rechte da unten. Ah, ich check das mal eben aus, was hier dann noch auf mich zukommt. Okay, dann kann ich da rein. Da bin ich ja... So wie es aussieht, erstmal safe. Hätt fast verpasst. So, okay. Da war ich vorhin nur nicht... schnell genug. So, erstmal... Ja, ja, ist ja gut. Wurfmesser. Was? Ach so, das ist wieder so eine Note hier. Ah, ne, das ist keine Note. Das ist ja diese Fackel. Diese Kerzen. Genau. Nicht Fackel, sondern Kerzen. Da unten sehe ich jetzt nicht... Aber da oben ist noch was. Warte mal, wie komme ich denn am besten da hoch? Ist es... Ich glaube, hier drüber geht es besser. Oder kann ich da dran... Der kann ja auch anklettern. Dann kann ich den killen, wenn er kommt. Boah. So, warte mal. Das mache ich trotzdem. Jetzt guckt der runter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dreh dich um. Okay, geil. Ich hoffe, er sieht ihn jetzt nicht. Ich glaube, ich hätte den sofort packen müssen. Schaffe ich das noch? Ah, ich weiß es nicht. Was singst du denn? Oder redet ihr so? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das hat er erkannt. Aber hier verpisse ich mich einfach. Los, schnell. Da rein. Geh doch da rein. Geh doch in das Fenster rein. Oh, ey. Boah. Das war aber knapp. Gerade so. Ah, hier war ich glaube voll. Ne, Moment. Ich habe ja eine Kerze angezündet. Da kann ich das doch jetzt wieder... Gott. Ja. Kann ich das jetzt... Die sind nicht mehr alarmiert. Ich warte nochmal, bis er zurückkommt. Sicher ist sicher. Was ist das da für eine Münze? Also, Quatsch, Münze. Für eine Note? Ach, das ist die Kerze. Das sieht aus wie so ein Notenschlüssel. Von hier... Also hier von der Mitte. Okay. Ich heb den auf. Oh. Und zurück. Boah. Geschafft. So, erstmal kurz... Pausieren und... Hier habe ich ja auch noch Sachen oder... Äh, ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon hab. Oder nicht. Ah, alles klar. Ich muss eigentlich nochmal zurück. Um diese Scherbe aufzuheben. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, jetzt geht sie gleich rein, ne? Aber immer dann, wenn es knifflig wird. Nein! Boah. Ja, so, weil ich entdeckt worden bin, könnte ich jetzt dieses Attentat nicht machen. Das Luftattentat. Aber ist egal. Hier ist es gut. Da muss ich das andere dann eben nochmal machen. Okay, die sind ja... Ah, da ist noch einer da hinten. Äh. Kämpfen wird wohl nichts. Aber ich glaube... Ich hab das schon... Ich hab das schon... Oder kann ich mich hier irgendwo verstecken? Brauch ich ja gar nicht. Nein. Das war mal wieder knapp. Aber hier ist noch eine Kiste. Genau. Und diese Truhe, ich hätte die schon gerne mal geöffnet. Und so... Und so... Also entweder ist da wieder so ein... Ja, so eine Datenbank... Symbol drin. Also irgendwie... Für die Datenbank... Ja, irgendwie für die Datenbank-Symbol. Ja, ich weiß. Voll blöd. No! Also es kann da drin sein, halt... Eine neue Waffe oder auch... Ja, da kommt ihr jetzt nicht hoch, oder? Oder eben irgend so ein... So eine Information. Für die Datenbank eben. Wie kriege ich das denn mit denen hier unten? Dass ich die... Hier hinten kam ich nicht mehr runter. Oder? Es sieht... Nee, es sieht nicht danach aus. Muss ich die da wieder anzünden? Jawoll! Hä? Hier, Luftattentat und so? Solltest du eigentlich schon drauf haben? Hallo? Wie lange willst du denn noch das Schwert halten? Eine Schriftrolle. Jetzt habe ich's. So heißt das. Eine Schriftrolle für die Datenbank. So, jetzt hier wieder ganz schnell. Oh, nee. Guck weg. Uh. War jetzt nicht so knapp. Ohrenkratzer ist wieder am Start. Eine aus der Ohrenkratzer-Familie. Hä? Okay. So, hier rein. Gleich nochmal schauen. Ich glaube, muss ich nochmal anmachen. I got it. Got it. Ja, muss ich... Jaja. Okay, und jetzt muss ich hier eh nochmal dran, oder? Ja, jetzt bleibt... Nee. Okay. So, das da oben habe ich ja auch schon geholt vorhin. Das heißt, ich kann... Wenn der da oben wegguckt, hier rüber gehen. Aber genau. Nochmal schauen. Hier... Ist irgendwas da oben... Ich habe das Gefühl, da war ich schon mal. Oh. Jetzt bin ich auf... B gekommen und wäre fast da unten bei dem einen reingesprungen. Müssen wir nochmal gucken, ob der... Hochguckt da unten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Alles sicher. Okay. Da sind die nächsten Fragmente. Und da ist dann auch Nebenmission und Hauptmission. Ein Greifer. Hä? Das sagt mir doch irgendwas. Oder bin ich hier gestorben? Ja, ich glaube, wir waren schon hier. So weit. Attentat geht wahrscheinlich nicht. Hä? Ach so. Hm. Komisch. Hallo. Klopf, klopf. Jo. Alles klar. Guck mal. Gold. Jawohl. Tschüss. Okay. Okay. Da kann ich wieder sowas anzünden. Eine Kerze. Oh. Wow. Bam. Kickboxen. Batsch. Ja, ne? Now finish your fall. Exemplary Ward. Finisher. So, jetzt nochmal. Okay, 3 von 5. Was war das gerade für ein Geräusch? Ach, egal. Erstmal hierhin. Wurfmesser. Und zurück. Ah, guck mal, ne? Deswegen brauche ich auch so viele Wurfmesser. Guckt mal. Guckt euch das mal an, wenn ich jetzt ziele, ne? Wie schnell er das... Also, die Richtung ändert. Selbst wenn ich ganz sachte nach unten drücke. Oder nach oben. Boah, da zieht er gleich einmal durch, ne? Okay. Ja, ich kann hier vorne nicht hin. Ja gut, ich muss dann hier runter. Aber da kann ich mich verstecken. Wo er gerade lang läuft unten. Im Keller, sag ich mal. Keller? Ja, ist noch nicht Keller, aber... Eine Etage tiefer. Genau, da gehe ich erstmal... Oh, ne, ich hätte erst die Kiste öffnen können. Weil drüben komme ich eh wieder hoch. Ah, da ist so ein Glockenspiel. Ah, hier ist auch eins. Zum Glück habe ich das gerade noch gesehen. Ich habe jetzt nur nach oben geguckt. Lauf! Ey, das war doch jetzt wieder doof, oder? Jetzt holt er mich da raus, und... Na, oder nicht? Bäm! Ich habe gerade gelernt. Nein! Duck dich doch! Ach so, das ging ja nicht. Kämpfen und ducken. Äh... Das war doof. Ja, ich weiß. Okay, reicht aus. Muss ich direkt von der Leiter? Jetzt, sofort. Ich hätte auch die Leiter wieder hochgehen können, aber ich wollte es nicht. Ich wollte es so machen, wie jetzt. Perfekt. Na, eigentlich nicht. Perfekt wäre gleich durchgekommen. Oh. Ach, guck mal, da wäre ich gar nicht reingekommen. Hier wäre ich nur oben hingekommen. Boah. Haha. Da ist nix. Oh, da sind wieder Leute. Da kann ich mich verstecken. Okay, das habe ich. Wie weit muss ich noch? Äh, heftig. Da ist dann wieder... Der Adlerhorst. Boah, wieso? Wachsamkeitsbereich des Suchers? In die Hocke gehen? Ah, das ist da mit diesem Radius um sich rum. Weiß das etwa? Wieso... Ach. Wie soll ich da in die Hocke gehen, bitte? Oh. Jawoll. Aber das verstehe ich nicht praktisch. So sieht er mich nicht? Aber... Ich kann doch nicht hier hinten in die Hocke gehen. Er sieht mich doch dann so oder so, oder? Oder guckt er nur nach vorne. Und nicht nach unten. Hier geht's hoch. Da ist auch... Ne Truhe. Die hole ich mir jetzt. So. Kamera weg. Hä? Mach das doch. Das macht die aber nicht. Ach so. Gut. Und? Ja.